So, da, oh, da erst. Ne, 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 das ist schon eins zu hoch gewesen. Ich wollte da noch was hin machen. Ja, genau. Dann, dann bleiben wir dabei. Wir machen da was hin. Und dann lassen wir eins aus und dann machen wir wieder zwei. Das heißt, da auslassen, da, da. Und ganz oben noch eins hin. Ja, doch, genau. So machen wir das. So, jetzt muss ich schauen. Wo habe ich, da habe ich was. Ja, gut, ich habe es hingeschafft. War ein bisschen schmerzhaft, aber ging. So, und dann, wo war das noch? Bei dem hier. Ja, und jetzt lassen wir das nächste Stockwerk aus. Ja, ich gehe jetzt auch auf diese Weise wieder hoch. Dann muss ich das halt wieder abbauen. So, da haben wir jetzt was. Genau, und dann lassen wir das nächste Stockwerk aus. Also das hier. Jetzt gehe ich mal da rüber. So, und hier machen wir dann wieder was hin. Das heißt, das kommt weg hier. Und auch das da. So, und dann wird es natürlich eng. Da will ich das auch so machen. Das hört aber auch nie auf hier. Ich dachte, mit ein bisschen reden ging ja das weg, aber nö. Und dann, Moment mal, habe ich jetzt da unten auch was hingemacht? Ja, da habe ich auch was. Das heißt, bei dem jetzt hier machen wir jetzt nichts hin, aber ganz oben dann nochmal. Ja, dann machen wir einfach da was hin. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Und dann schauen wir mal, also auf der anderen Seite gegenüber der Treppe. Ja, doch, wir machen erst mal das. Obwohl wir das eigentlich Damit sind wir eigentlich schon soweit, dass wir da Bäume pflanzen können. Ich schaue mir das nochmal an, wie das aussieht. Das kann man so... Ja, ja, genau, da geht das ein bisschen weiter nach innen. Oh, aber da unten... Achso, ne, Moment mal, ganz unten soll ja nichts hin. Das hier, diese Lücke da, die wird ja noch zugemacht. Wie sie da drin alle vorbeimarschieren. Ja, gut. Sollen sie mal machen. Also da im... Erstens oder am dritten. Beim dritten müssen wir anfangen. Okay. So, wo ist denn das dritte? Das ist hier. Ich muss noch eins nach unten. So, hier. Und auch hier das gleiche wieder auf diese Weise roten. Dann müssen wir das jetzt auch hier gleich nochmal machen. Ich hoffe, das war richtig so. Ich gucke lieber nochmal nach. Nämlich hier, direkt neben dem... Ja, ist ein bisschen asymmetrisch dann. Hm, aber dann ist das so. Ja, doch, genau. Das ist so richtig. Ah, ich könnte aber jetzt auch von oben das machen. Ich weiß ja, dass ich ganz oben was machen muss. So, und essen auch mal wieder. Ja, genau. So, das hier weg. Und dann das hier drunter nicht. Aber hier dann wieder. Und hier. Und jetzt noch einen Stockwerk nach unten. Da machen wir das auch wieder. Und dann lassen wir wieder eins aus. Oh, Moment. Das dauert doch ein bisschen länger. So, das da unten lassen wir jetzt aus. Und dann machen wir da was hin. Oh, da ist schon. Okay, gut. Dann haben wir das schon. Das heißt, wir sollten auf der Seite fertig sein. Und ich kann mal die hier weg machen. Damit dürfen die sogar alle weg sein. Mal schauen, wie das aussieht. Ja, jetzt mal abgesehen davon, dass die Sonne blendet. Ja, doch. Das müsste genauso sein, wie es auch sein soll. Ich will mal die hier weg machen. Jetzt können wir nämlich hier schon die Bäume pflanzen. Damit die möglichst viel Zeit haben zu wachsen. So, die waren hier. Ich nehme die einfach mal alle mit. Schauen wir mal, wie viel wir brauchen dann. Erstmal dort wieder noch was hinsetzen. Das ist nur die Frage, wo jetzt genau. Nee, da nicht. Also hier. Ja, ob da was wächst. Ja, weiß nicht. Müsste eigentlich schon. Aber sicher bin ich mir nicht. Das machen wir auch mal weg. Ja, doch. Also da müsste eigentlich was wachsen können. Einfach mal abwarten. Vielleicht mal so ein bisschen nachhelfen schon. Ja, egal. Das wird schon wachsen. Machen wir aber erstmal da drüben weiter. Hier, davor. Doch, klar doch. Warum nicht? Einfach mal so ganz frech direkt davor. Was machen? Ja, doch. Finde ich ganz nett. So, hier. Möge diese zuerst wachsen. Ansonsten haben wir hier ziemlich viel Spielraum. Dann setze ich jetzt mal hier so vereinzelt dahin. Boah, vielleicht hier so. Und dazwischen dann große. Da bin ich gespannt, wie das dann... Nee, Moment. So. Wie das dann ausgeht. Und dann würde ich gerne dahinten... Da müsste noch einer... Ja, doch. Da müsste noch einer hinpassen. So. Oh, warte. Hier ist eine große Lücke. Hier machen wir noch einen kleinen hin. So. Jetzt bin ich gespannt, was da so wächst. Können sogar noch hier was hinmachen. Oh, da ist schon einer gewachsen. Ja, sehr gut. Da auch. Jetzt werde ich wahrscheinlich das Pech haben, dass die Großen dann nicht mehr wachsen. Dann machen wir da einfach was frei. Wir schlagen einfach Laub weg. Und dann werden die schon wachsen. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Da. Was da schon gewachsen ist. Das Diablan geht ja richtig gut auf. Der vor der Treppe auch schon hier? Nee. Nee, der noch nicht. Kriegt er auch mal so seine Chance. Und der Kleine davor ebenso. Schauen wir mal nach da hinten. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. Hier. Da. Oh, da könnte man aber auch noch... Hier. Moment mal. Hier. Ja, doch. Hier direkt an der Ecke. Was machen? Und jetzt muss ich mal ins Bett gehen. Bevor es... Also ich meine, das ist ja schon dunkel. Nee, noch nicht. Ja, doch. Dunkel ist es, aber noch nicht Nacht. So. Schauen wir mal, was da sich ergibt. Es sind wieder Monster in der Nähe. Ja, okay. Jetzt wird ja ein bisschen weggegangen. Deswegen konnte ich mich hinlegen. Jetzt nehme ich mal besser das Schwert in die Hand. Aber nö. Das sieht gut aus hier. Aber kann der überhaupt wachsen zum Beispiel? Ja, doch. Das müsste gehen. Und bei dem hier? Ja, doch. Gerade noch so. Das ist der Kleine. Der ist gewachsen. Und hier? Das müsste auch gehen. Oh, da ist er gewachsen. Und diese? Da hinten ist auch noch. Ja, okay. Jetzt kriegen die noch schnell eine Chance. Oh ja. Der hat... Die beiden haben ihre Chance genutzt. Ja, sehr gut. Was ist denn hier? Passt da noch? Naja, nee. Nicht so wirklich. Aber hier. Der hier. Aber das ist ja gut, wenn die so schnell wachsen. Doch, doch, doch. Das müsste gehen. Ich kann ja schon mal mit... Mit ein bisschen Gras anfangen. Nö, der will nicht. Gut, dann lassen wir das mal. Dann lasse ich das aber auch mit dem Gras nochmal. Das kann mal weg. Das kann mal weg. Ähm, ich glaube ich... Ja, nee. Ich lasse das ruhig mal da. Aber die... Nee, ich lasse die auch da. Ja, doch habe ich hier. Nicht, dass ich da irgendwie aus Versehen was wegmache. Und dann muss ich doch wieder was hinbauen. Jetzt werden wir uns mal auf die Rückseite begeben. Obwohl die drei anderen Seiten ja alle gleich aussehen dann. Also, ich meine jetzt wegen der Fenster. Die sind hier doch, oder? Neben der Treppe. Na, neben der Treppe. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich das wieder finde hier. Schnell noch was essen. Das hier ist die Mitte. Dann müssten das diese hier sein. Okay. Oh, guck mal hier. Da kann ich ja... Da kann ich ja rüber gucken. Und das müsste eben genau das hier sein. Nein. Ähm, falsch hingesetzt. So. Und auf der Seite auch. Jetzt würde ich aber gerne auch mal nach unten schauen, wie das aussieht. Von innen. Das machen wir mal. Wir haben natürlich jetzt nur auf der einen Seite... Äh, was. Aber das soll jetzt erstmal legal sein. Ähm, ja gut. Ich muss irgendwie runter. Oh, da sollte auch noch was wachsen. Und es ist aber noch nicht. Es müsste aber... Es müsste aber gehen. Steht da irgendwas im Weg? Ah, vielleicht das hier. So, das Evo ist jetzt hier weg. Das mache ich auch mal weg. Jetzt sollte aber da nichts mehr... Ah, doch, da noch. Jetzt aber sollte nichts mehr am Weg sein. Jetzt müsste das eigentlich gehen. Naja, wir warten einfach mal ab. Und ansonsten müssen wir uns so noch ein bisschen... Müssen wir so noch ein bisschen... Nachhelfen. Ne, der Kleine stand ja schon vorher da. Ja, genau. Ähm, was wollte ich eigentlich jetzt? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ähm. Mich von der Sonne blenden lassen? Naja, das wollte ich eigentlich nicht. Der hier? Ne. Ist noch nicht gewachsen. Ähm. Ja, ich weiß nicht mehr. Mir wird es schon wieder einfallen. Und wenn nicht, dann... Dann war es wohl auch nicht so wichtig. Achso, ich wollte mal innen... Ja, ja, okay. Jetzt weiß ich wieder... Ich wollte mal nach innen schauen, wie das da aussieht. Ja, hier ist erstmal auf jeden Fall mal alles voll. So, jetzt kommen alle her da. Ja, guck mal hier. Es ist... Da muss ich auch zumachen dann, ja. Nein, mach, mach... Mach doch keinen Unsinn hier drin. Ich habe eine Idee. Ich baue jetzt mal einfach mal hier so ein paar Fackeln hin. Zumindest hier vorne, ne. Die kann ich wieder wegmachen. Hier drin auch mal. Und gleich auch hier mal. So. Ähm, da ja. Da ist, ähm... Denke ich mal... Nicht allzu viel kaputt gegangen. Von da oben kommen sie auch noch an. Ja, gut. Wie war das jetzt? Ich weiß es nicht. Ist da drin? Ne, da ist nichts kaputt gegangen. Ja, hallo. Darf ich da mal... Ja, so. So, haben wir irgendwo... Oh, der Helm ist kaputt. Oh, ne. Jetzt nicht schon wieder einer. Ich bin ja auch selber schuld. Jetzt kommt da noch einer. Ey, jetzt hört doch aber auf. Da kommt noch einer. Okay, der ist kaputt. Der hat ein bisschen Schaden bekommen. Ach, ne. Ja, gut. Ich sehe mich gezwungen. Ich muss ja alles jetzt mit Fackeln ausfüllen hier. Zumindest hier im vorderen Bereich. Da ist noch einer. Ich glaube, ich muss da... Ich muss da mal andere Maßnahmen ergreifen. Ach, ne. Ich glaube, ich hätte das doch gleich zubachen sollen. Dann können die da drin bleiben, wie sie wollen. Jetzt ist da so ein Riesenschaden. Ach, was mache ich denn damit jetzt? Also natürlich reparieren. Die Frage ist nur, wann. Ach, ich lasse das jetzt einfach. Das machen wir nachher. Jetzt kann ich da nichts hinbauen, weil da die Spinne ist. So, hier. Dann leere ich mal den Rest hier aus. Alles, was ich nicht brauche, das kommt erstmal da jetzt weg. Das auch nicht. Das holen wir uns dann nachher wieder. Ich will jetzt gerne erst außen die Fenster noch machen. Das wäre eigentlich... Moment, hier muss ich hin. Das wäre ja eigentlich sogar sinnvoll, weil dann, so ist die Hoffnung, mehr Licht reinkommt. Apropos mehr Licht. Ich muss ja Folgenende machen.